Ja, ach, ich wollte ein ganz, ganz wichtiges Video aufnehmen. Ah, ich weiß, wovon du sprichst. Ja, natürlich, wir haben am Mittwoch wieder mal ein ganz großes Live-Event, zu dem ich dich auch einladen möchte. Ich bin übrigens tatsächlich gerade an den Produkten dran, aber worum geht es eigentlich am Mittwoch? Am Mittwoch haben wir eine große Livestream-Fragerunde an mich. Wir reden über Finanzen, Politik und Wirtschaft. Du kannst mir dort deine Fragen stellen. Wir sprechen unsensiert, weil es eine Streaming-Plattform ist, die wir selbst kontrollieren, weil es unsere eigene Streaming-Plattform ist. Das heißt, es wird dort offen gesprochen und ich freue mich riesig. Letztes Mal waren wir über 2000 Teilnehmer, wir hatten über 25 Weltpremieren. Auch diesmal wird es wieder viele, viele spannende Produkte geben. Sei also dabei und freu dich darauf. Wir werden nicht nur über Gold und Silber sprechen, sondern auch um das gesamte wirtschaftliche Thema. Und als kleine Motivation, falls du noch nicht dabei warst, wir haben letztes Mal 10 Goldmünzen verlost. Und es wird am Mittwoch um 19 Uhr ebenfalls wieder Gold zu gewinnen geben. Es lohnt sich also alle Male, dass du dabei bist. Ich freue mich, wenn du dich noch nicht angemeldet hast. Hier unter den Videos der Anmelde-Link. Sei unbedingt dabei. Mittwochabend, 19 Uhr, am 24.05. Sehen wir uns. Let's go!